Ich freue mich schon so richtig aufs Essen. So, press A to join. Junges, Jörn, Gast hinzufügen. Wir sind nur A dort unten. Ja, weil jetzt muss er es warten, bis er fertig ist. Das macht Nikolai will sich... Ey, Nikolai, wenn du dir... Jetzt wirst du dran. Gast hinzufügen. Wenn du dir Modern Combat holst, dann spielen wir mal online, Nikolai. Dann machst du mich bestimmt fertig. So, jetzt könnt ihr wahrscheinlich A drücken nochmal und dann seid ihr dabei. Genau. Ja, ich bin... Also, okay, ich bin der Orange, ne? Ich bin der Blaue. Jörn, ist der Blaue? Warte. Ich bin der Orange, ne? Nein, ich bin der Orange, ne? Ja. Achso, der Gelbe. Okay. Ich hab nicht gesehen, dass der noch den hätte ich als Rot angeschätzt, den du hast. Aber das hast recht, der ist Orange. Wie boxt man denn überhaupt? Wie macht ihr das? Mit X. Mit X? Was macht ihr? Aber der boxt nach oben bei mir gerade. Ach nee, ach, ich bin ja der Blaue, ich Idiot. Ja, ja, mit X. Jetzt ist einer wieder raus hier. Das war ich. Schau mir da. Jörn ist auch raus. Mit Y. Aha. Das ist aber doof. Ey, das ist ja... Ich mach mal einfach Spaß. Start. Ja, okay. Ne, resume Main Menu. Okay. Dann müsst ihr nochmal joinen. Sorry, tut mir leid. Drück du mal zuerst, dann bist du in der Mitte. Genau, jetzt bist du blau. Und ich bin jetzt der Orange. Geht's denn jetzt weiter hier? Kill your friends to start. Bring uns mal einfach gleich rum. Ja, okay. Alles klar. Ne, wir wollen aber nicht online spielen. Wir wollen... Ne, wir sind hier... Komm mal hier nach links. Warte, ich komm mal. Wir wollen doch nicht online spielen. Wir wollen local spielen. Will your friends to start. Okay, dann rauchen wir nach links. So, der ist tot. So, alles klar. Ah, endlich. Okay, ich bin gelb. Das ist ja komisch, das mit Y. Du am Anfang. Was ist da passiert? Ach, ich hab ne Waffe. Nein! Boah! Wie hast du denn geschossen? Boom! Man muss die Waffen aufsammeln. Die liegen da irgendwo. Das ist Zufall. Das ist wie bei Smash Brothers. Was ist das? Ist das blocken? Ah, okay. Was ist X? Gar nichts. Okay. Ey, Y-Neuf ist gar nichts. Okay. Also tatsächlich nur A und X, ne? Ah! Ne, du kannst noch mit W kannst du blocken. Ah! Sehr gut. Bin ich schon tot? Ja. Boah, Alter. Ich raff nix. Oh. Ach, ich bin Geld, ne? Ja, ja. Ach, fuck. Dann hab ich ja sogar gewonnen gerade. Ich dachte, ich wär tot. Ich guck die ganze Zeit immer auf den Orangenen. Jetzt bin ich tot. Ach. Ach, da steht keiner. Ach, da steht einer. Boah, ne, weg. Nein, nein, nein. Geh doch. Geh doch. Boah, und die, da will ich. Ich will, dass er keine Waffe mehr hat. Ey, du Aske, ey. Geh doch, ich hab mich einfach weg. Oh Gott. Oh Gott. Ne, hier, ihr könnt rüberkommen. Ja, genau. Macht euch kaputt. Der lebt noch. Das gibt's doch gar nicht. Ey, der mit seinen Scheißknarren, ne? So, weggepöht. Sau. Zack, ey. Ich bin ein bisschen Spaß. Ja. Deswegen, wir schreiben, wir beide spielbar, ein Pummel online. Ich kann mir stattdessen auch mit Hammer aufs Knie hauen. Oh, ey. Ja, das stimmt vermutlich. Ja, das wäre doch lustig. runtergefallen das ist ganz witzig das war der beste sieg bisher so wir müssen ja auch einfach drauf latschen ich glaube auch aber warum sie sagen alle umgeballert hier ach so ich dachte man könnte darunter fallen was mich umgebrochen hast damit steht das ist sehr witzig wie lang geht das ganz ehrlich noch mal ich bin ja geld wer von euch ist im blauen wärs rené blau scheiße ja okay also johannes roth rené blau und ich bin gelb das war ich aus dem bild raus bedanken ja aber das steuert sich echt ziemlich gut das ist auf dem port sehr eingängig nein 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 das ist so nice da schießt er uns kaputt das wurde eben nur ist er nicht gewonnen ja schnell rüber er lassen wir erst dem account ja ich weiß er hat die wiedergekriegt ja der lassen sie mir und ich wollte die unterdrücken nein ja ich weiß aber er war vorher jawohl da ist doch da kann warten ja hatte generell schon eingebaut ich habe mich selber umgebracht weil ich darüber springen wollte okay das explodiert gleich man muss das rüberkriegen dass es ein Beispiel nein 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 nichts gemacht das ist das wahre moral kommentiert sauber da kam die jump and run skills nee lass das mal johann such dir den blauen da hinten nein die ändert doch schon wieder eine waffe nein 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 jawohl oh Gott wie kommt oh Gott nein nein sauer weil du hast keine Zeit mal ein Schlückchen Bier zu trinken das ist voll schlimm oh Gott äh ach okay ihr luschen oh Gott oh Gott ich bin sauber ey das bockt voll herbe das macht herbe viel Spaß ey so komm her René ja ja auf die Waffe auf die Waffe hier ja hinten hat schon wieder eine Waffe ne der Sau Sack nein 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 ich fall runter Sau one collar to rule the ball äh da hat er wieder eine ey der hat mich auch schon längst niedergefallen hat wieder nein nice ey boah ey ich würde mal ganz gern ein Schlückchen trinken aber du hast ja keine Chance hier nein das ist ne Schlangenwaffe ich will da durch das ist ne das ist ne jetzt hat er die Waffe nicht mehr hä fuck wow Alter was passiert da ey ja bekämpft euch mal ein bisschen ich will was trinken so nein ich bin ein Idiot ach ich bin da ja noch ein bisschen da nein 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 jetzt mach ich genau dieselbe Scheibe komm nicht mehr rauf doch nein verdammt noch mal da will ich überhaupt nicht hin so Jörn ist noch mal weg sauer oh Gott ey schon lange kein Grönchen mehr nein der hat sich wieder nix an ey nice ey die Mucke ist geil ah Mist jetzt wollte ich ihn da wegtreten direkt um die den Abbruch treiben wie lange lebt ihr denn noch ich bin so kaputt ich bin so kaputt ich bin so kaputt sauer bin so kaputt ah die fallen weg das war so klar ich komme nicht rauf ich komme nicht rauf fuck ey ich komme nicht rauf ah ich komme ich komme nicht da um nein nein ich bin nicht mehr da um ich bin nicht mehr da um ja endlich jetzt gibt es aber und hier aber in dem ausgebild weiter mit uns in die hände weh ernsthaft jetzt mit sich die hände nein ich bin ja auch ich bin hier der herren laufen weil ich da um wollte ich habe nicht gedacht dass da nein kann man sich tun ja auch ich bin so doof ich wollte nur was ich dachte man kann sich drucken aber dabei zu mir daran hast du auch geglaubt dass das ding runter ja ich bin ich mehr unter der habe ich für glück noch getroffen Das hast du Glück gehabt, ey. Ich glaub ich hab Glück gehabt. Gibt's auch nicht. Sack ey! Ich steh da mit der Uzi, ey. Nein! Nein, nein, nein! Oh, fuck ey. Ey! Hast du gesehen, wie ich dir die Shotgun aus der Hand getreten habe? Oh, oh, oh. Ach Mist, ich wollte zum Block... Ey, allergeilste, ich hab noch Bier getrunken und wegges... Oh Gott! Oh, ich bin schon runter, ich bin so do... Ich bin so dösig! Oh, ich krieg keinen Anruf. Sauber! Ja, 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 ja... Ja, 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 ja!